Im Dezember 2021 wurde das damalige Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, BVT, zur Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst, DSN. Auf Bundesebene kam es zu Reformen, die Landesämter, LVT blieben größtenteils davon unverändert. Jetzt soll noch sie neu ausgerichtet werden. Am Dienstag präsentierten Innenminister Gerhard Kanner und DSN-Chef Omar Haidjavi Pirchner die Eckpunkte der Reform. Die LVTs werden in Landesämter für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung, LSE, umbenannt. Damit einhergehen auch neue Kompetenzen. In jedem LSE sollen Ermittlungsbereiche für Cybercrime geschaffen werden. Einen besonderen Schwerpunkt soll es auch für Präventionsarbeit geben. Speziell geschulte Beamte sollen gerade in Schulen und auch in Vereinen aufklären. Zusätzlich sind auch Staatsschutzsensoren geplant. Als Augen und Ohren des Verfassungsschutzes sollen sie sich laut Kanner auf regionaler Ebene vernetzen und ihre Informationen an Länder und Bundesbehörden weiterleiten. Insgesamt soll es auch mehr Personal geben, damit die Sicherheit des Staates auch weiterhin gewährleistet bleibt.